Hallo, hier ist der Andreas Vollmer, Trainer vom VC Wiesbaden und heute geht es um eine ganz wichtige Geschichte, nämlich um Mila Help. Eine Sache, die mir unheimlich Freude bereitet. Ich bin ein Teil von diesem Projekt. Es geht um die Globalisierung im Volleyballerischen Sinne. Das heißt, wir wollen alle versuchen, möglichst viel Equipment, Material zu sammeln, was danach Mila Help weltweit wird versenden, verschicken, um den Volleyball, den Volleyballsport überall zu ermöglichen und zu unterstützen. Also schaut in den Keller, in die alten Schränke, auf dem Dachboden. Irgendwo gibt es ein paar alte Schuhe, ein Volleyballnetz, eine Antenne, ein Volleyball-Knie-Schützer. Alles, was mit dem Volleyball zu tun hat, wird gesammelt. Schickt es an Mila Help. Es hat eine tolle Sache. Ich glaube, aus Feedback noch über das Facebook oder World Wide Web gibt es noch ein großes Feedback, eine große Freude. Ihr könnt alle mitarbeiten, ich arbeite mit. Also haut rein, raus mit den Dingern, alles abgeben und dann schauen, was dabei rauskommt. Viel Spaß!